Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt jetzt gelernt, wie man grafisch Gleichungssysteme lösen kann. Das kann theoretisch auch euer Taschenrechner bzw. ein Geometrieprogramm. Und dazu werde ich euch in diesem Video einmal GeoGebra vorstellen und unseren grafikfähigen Taschenrechner. Mit dem kann man nämlich auch mit ein paar Klicks, mit ein paar Kniffen und Tasten, nämlich genau das tun. Ein lineares Gleichungssystem grafisch lösen. Jetzt zeige ich euch es erstmal für die App GeoGebra. Die kann man sich entweder auf dem PC herunterladen oder im Browser öffnen oder ganz einfach auf dem Handy. Ich habe das jetzt mal auf dem Handy gemacht und werde euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. Also die GeoGebra App, die wird installiert und dann gestartet. Ich habe das jetzt als Video gemacht. Wichtig ist, dass wir am Anfang auf Algebra gehen und dann können wir nämlich unsere Geradengleichung eingeben. Also y und ist gleich minus x. Man sieht schon, die Gerade wird schon gezeichnet, plus 7. Und jetzt sieht man auch, dass das zu f von y wird, also eine Geradengleichung. Das Problem ist, die Koordinatenachsen und das Ganze wird nicht angezeigt. Das müsste man vielleicht hier noch mit dem, ich gehe nochmal kurz zurück vielleicht, müsste man hier vielleicht nochmal ändern. Also hier auf dieses Einstellungszahnrad, Achsenanzeigen, Koordinatengitteranzeigen. Bei mir war das nicht automatisch. Und jetzt sieht man diese Gerade. Dann gebe ich die zweite Gerade oder die Geradengleichung ein, damit ich den Graph zeichnen kann. Man sieht, das wird schon immer mitgezeichnet. 2x und anschließend dann die plus 5. Und nun, ich drücke mal hier auf Pause, nun habe ich zwei Geradengleichungen. Da nennt die natürlich f und g. Und was ich jetzt hier machen kann, ist den Schnittpunkt bestimmen. Ganz wichtig, hier ist ein y, hier ist ein x, hier ist ein ist gleich. So muss man hier hantieren. Wenn man dann irgendwelche anderen Buchstaben oder sonstige Sachen muss, muss man halt hier hin und her switchen. Aber dann habe ich quasi die beiden Geradengleichungen gezeichnet. Und jetzt sehe ich ja schon, wo der Schnittpunkt ist. Und wenn ich da dann mit der Maus oder beziehungsweise mit dem Finger drauf gehe, dann wird mir auch dieser Schnittpunkt angezeigt. Das ist eine grafische Lösung, indem ich dann einfach draufgebe. Also habe ich hier den Schnittpunkt bei 0,7 und 6,3. Ich kann das Ganze aber natürlich auch mit dem grafikfähigen Taschenrechner machen. Das ist jetzt so ein Software-Modul, wo ich das Ganze nachempfinden kann. Also so schaut euer Taschenrechner ja aus und in dem Feld passiert dann, was ich mache. Auf diesem y hier dran, da kann ich eben Geradengleichungen eingeben. Hier nennt man das eben nicht f und g, sondern y1 und y2. Und jetzt muss ich halt anfangen zu tippen. Also in dem Fall wieder minus x. Da muss ich aufpassen, dass ich das Vorzeichen minus nehme und nicht das Rechenzeichen. Minus x plus 7, dann gehe ich hier runter und gebe 2x plus 5 ein. Wenn ich jetzt auf Graph gehe hier oben, dann werden mir beide Grafen angezeigt. Jetzt muss ich noch auf Second Function und Calc gehen. Calc hat nämlich ein Interception und Interception heißt Schnittpunkt. Das ist ja leider Englisch in dem Menü. Aber wenn ich jetzt hier auf Enter gehe, dann wird er gucken, wann treffen sich diese beiden Grafen, wann treffen sich diese beiden Geraden und wird mir hier den Schnittpunkt angeben. Und man sieht eben schon, dass hier gerundet wurde. Also das eigentliche Ergebnis, das sieht man ja auch hier, sind x gleich 2 Drittel und y gleich 6 Ganze 1 Drittel. Oder gerundet 0,7 und 6,3. Und so kann ich eben Schnittpunkte überprüfen bzw. Schnittpunkte berechnen mit einem Grafikprogramm. Ganz wichtig, wenn man das verwendet, ist das eine grafische Lösung. Das ist noch keine rechnerische Lösung. So wie ihr quasi im Koordinatensystem das grafisch gelöst habt, so machen wir das jetzt hier auch mit GeoGebra und dem Taschenrechner. Das heißt, dieses 0,7 und 6,3 ist eigentlich schon sehr fehlerbehaftet, denn es ist gerundet. Man muss also immer im Hinterkopf haben, auch Taschenrechner, auch Grafikrechner oder eine Geometrie-Software, die runden. Aber so kann man zumindest überprüfen, was man selbst rausbekommen hat. Wie es rechnerisch geht, werden wir erst später feststellen. Aber so können wir ziemlich schnell rausfinden, wie lautet die Lösung eines linearen Gleichungssystems. Tschüss!